Mit der Hereingabe und da ist Louis Schaub am zweiten Pfosten nach der Kopfballverlängerung von Phil Neumann. Das 1 zu 0 für Hannover 96 in der fünften Spielminute. Hier beim Hildesheim natürlich da hinten ein bisschen blank aufgestellt. Überzahlspiel für 96. Gutes Umschaltspiel von Ezeh auf Schaub. Schaub alleine vorm gegnerischen Tor. Schaub ganz souverän zum 2 zu 0. Beide Tore durch Louis Schaub. 19. Spielminute. Der Österreicher erhöht auf 2 zu 0 für 96. Sehr, sehr gut gemacht von Kunze. Schickt da Teuchert. Teuchert alleine. Und Teuchert mit dem 3 zu 0 in der 57. Spielminute. Stark gemacht von Cedric Teuchert. Und sofort der Ballverlust. Derrick Köhn. Jetzt hat er ein bisschen Feld vor sich. Da sind noch Tresoldi und Teuchert. Und was für ein schöner Pass auf Teuchert. Torwart rutscht vorbei. Und da ist das 4 zu 0. Überragender Pass von der linken Seite von Derrick Köhn. Genau in dem Fuß von Cedric Teuchert. Der da im 16er dann nur noch einschieben muss. Der da im 16ern. Der da im 16ern.